Wenn ich mal von den kindlichen Schreibversuchen absehe, ging dann die etwas ernsthafteren, ging es schon so in den dramatischen Bereich, sage ich mal. Also es waren entweder Stücke, die wir dann auch gespielt haben, oder es waren Filmdrehbücher, was ich so nannte. Und die ich übrigens auch damals mit 17 oder so etwa an die DEFA geschickt habe. Und da ich dachte, naja, wenn die das ablehnen, dann schickst du es auch gleich noch ins Bacherndorf-Studio. Die haben sich wahrscheinlich die Mühe gemacht, diesen Quatsch zu übersetzen noch dazu. Oder sie hatten jemanden, also ich bekam auch vom Bacherndorf-Studio eine Ablehnung. Und aber irgendwie war das dann, da hatte ich ja mittlerweile eine ganze Reihe Filme gesehen und übrigens eben dann auch sehr gute. Also das war die Zeit, wo die Kranische ziehen kam, wo das Haus, in dem ich wohne, kam. Also Filme, die mich sehr beeindruckt haben. Dann gab es einen französischen, wenn alle Menschen der Welt, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und da fiel mir dann auf, dass eigentlich der Mann, der die Filme macht, nicht der Autor, sondern der Regisseur ist. Und ich dachte, also wenn du das machen willst, dann musst du eigentlich die Regie machen und nicht die Bücher schreiben für irgendjemanden. Und so habe ich mich dann entschlossen, an der Filmhochschule zu bewerben. Da konnte man schreiben, als erstes für Regie und als zweites für Autor beworben. Und wurde dann aber für die Regie angenommen. Jetzt gibt's doch die Verbrechen. Vielen Dank.